tja und in diesem zusammenhang ist auch schon mal das wort vom kontakt gefallen nicht ein phänomen das neuerdings in aller munde ist vielleicht können sie es kurz erklären peter kubelka wieso ich hab ja gar nicht aufgezeigt aber ich versuch es zu erklären was kontakt heißt also ich hab ja immer einen hunger und deshalb hab ja immer was zum essen mit damit ich die wurst da ist und jetzt wo ich die wurst nicht is sondern nur da her zeig und sie sehen die wurst da bin ich mir sicher dass sie alle einen hunger kriegen durch den geruch der wurst und das ganze phänomen heißt kontakt hei dass sie einen hunger haben ja in der tat läuft einem ja da bereits das wasser im munde zusammen es bahnt sich ein speichelfluss nicht und die zunge fühlt sich in diesem speichel mehr an wie ein stückchen brot im schokolade fondue aber peter kubelka vielleicht darf ich ihnen die frage stellen gibts das kontakt hei auch noch in anderen bereichen des lebens als dem essen wissen sie noch ein beispiel ja das war sie nicht ja da sieht man das war nur ein glückstreffer ne charlatan